Ein Wengel Pusch ist schade. Ein Wengel? Er springt an. Er springt an, ja. Nicht, dass wir hier die erste Bauer stehen haben. Ich hoffe, dass das Motorrad, wenn wir es mit mir fertig haben, jemand kriegt, der sich das hätte nicht kaufen können. Da oben ist er wieder verbogen. Hast du den Tausch beim Sturz? Nein, das ist nur der vom Sturz. Wie sollen wir das machen? Mit der kommt man wenigstens überraschend ums Eck. Die hat keine Lenkanschläge. Ja, ich merke es. Ist gut. Zucht auf mein Ende. Stefan, was sagst du uns an unserem neuen Bike? Was ist es? Unser neues Bike? Unser Lopage Fre. Das ist ja riesig. Die Sitzposition ist ein Wahnsinn. Der sitzt hinten so niedrig. Das ist wirklich... Das ist wirklich... Der Sucki, der sitzt halt im Motorrad. Ja. Das ist gar nicht so schlecht. Der heißt auch Motorrad. Der heißt nur im Motorrad. Ja, aber Zugstufe, ne? Alter. Du bist nicht gefahren. Ich bin so gefahren, ja. Ich habe mir die... Ich habe nie irgendwas eingestellt. Bist du gefahren? Ich bin so gefahren mit der. Ich bin halt... Fahrwerkstechnisch kenne mich nicht so gut aus. Hör mir schnell beide Füße aufhören, bitte. Wird mich interessieren, was ich da... Wo ich da Platz habe. Da passt das. Ja, komm, mach hin. Ja! Da habe ich mächtig Platz gefahren. Das haben wir gesagt. Ja. Da habe ich mehr Platz, wie auf der Honda. Da wirst du aber schnell gefahren mit. Ja, das geht. Lenkerstummel ein bisschen weit zusammen, aber das geht eigentlich. Ja, das sind die Originalen. Die haben die Noten drinnen, die kannst du nicht wirklich... Weiß ich habe klein in der Hand, ne? Heck es ab. Du bist nicht von steuern. Du brauchst dich absteuern. Ey, ich sitze den ganzen Tag im Büro, aber was willst du von mir? Was denn? Ich hab sie, hab sie, hab sie. Ja, hier vorne ist. Ja, hier vorne ist. Ja, hier vorne ist. Ja, hier vorne ist. Hier kommt eine ganz gute Gute, oder? Ja, da hast du 500 Newton Zugstufe. Zugstufe. Hm. Hä? Ja, was das gute ist bei der Gabel, wir haben so viel Zug, wir brauchen nicht mehr reinbauen. Wir müssen eher rausbauen. Oh, das kommt nicht zu. Das ist gut. Ich fährt jetzt einmal hoch. Jetzt kommen sie hoch. Ah. Okay. Okay. Die Gabel funktioniert. Ist schon mal gut. Ja, ja. Und den Tank hast du gesagt, hast du noch einen anderen? Ja, den habe ich. Sehr schön. Da schaut schon ein bisschen gut demoliert aus, gell? Naja, er hat eine gescheite Töne drin. Töne. Ansonsten, was haben wir Kilometer da? Ja, der Motor dürfte jetzt so um die 18.000 Kilometer drauf. Ich habe einen Motorschaden einmal gehabt in Reeka, haben dann eine Ersatzmutter gekauft, der was angeblich 17.000 Kilometer umgehabt hat. Da kannst du dir auch nie sagen, ob das wirklich stimmt oder nicht. Aber seitdem rennt es wieder gut. Aha. Aha. Ja, so macht es ja ein bisschen auf die Kratzer am Rahmen. Oder macht es eigentlich ein Urnein, oder? War das die Gabel, die beim Sturz drin war? Äh, nein. Ich habe mir da einen Ersatz, einen Ersatzteilspender gekauft, quasi. Und alles umgebaut. Also... Wie bist du mit den Fußrausten gelangkommen, mit dem Standard? Super eigentlich. Also ich hätte nie Probleme gehabt. Es ist halt wirklich von der Sitzposition her ganz was anderes, wie jetzt im Vergleich zu der R6. Ja, ja. Da sitzt es so tief unten, so weit drinnen im Back. Aber... Ja, maximal das Heck ein bisschen höher war. Das wäre das Einzige, was man mal... Vielleicht was gebracht hätte. So, dass du höher sitzt, quasi. Ja, ja. Ich finde es jetzt eigentlich ganz angenehm, wenn man im Motorrad drinnen sitzt. Ja. Ich bin da eigentlich ein Fan davon. Muss ich ganz ehrlich sagen... Oh, hinten auch viel Zugstufe. Hup, kommt langsam. Da hat einer zugereit. Ja, hinten härtere Feder, dafür weniger Zug. Fohren die Bremsscheiben, hast du gesagt, sind fertig, oder? Die sind ja auch die Sau. Ja, sie haben einen leichten Schlag. Man merkt es beim Fahren schon ein bisschen. Beim Abremsen... Weißt du, beim Abremsen... Genau, genau. Stark, oder? Relativ wenig. Eigentlich nur bei schnellen Kurven, meine ich, ins Abremsen. Sonst bei langsamen, wo du wirklich hart reinbremst, hätte ich es nie gemerkt. Nur bei schnellen, wo du es nicht ein wenig anlegst, nur die Bremsen. RSC Lenkungsdämpfer. War der schon drin? Den habe ich nachgegrüßt. Hast du nachgegrüßt? Sehr schön. Das ist schon mal gut. Jetzt sparen wir uns das auch. Also, von den Fußrasten, gell? Weil man hat es ja ein bisschen, wie du schon selber gesagt hast, man sitzt ja relativ stark im Bike. Ja. Von dem her macht es keinen Sinn, die Fußrasten da weiter rauf zu tun. Oder weil du das hast irgendwann die Füße bei der Oberschule hast. Eher als Heck. Genau. Heck auf, weil die Fußrasten weiter runter ist auch nicht. Ja, genau. Also müssen wir es eher als Heck aufpolstern. Ja. Beziehungsweise aufpolstern. Es ist fraglich, ob das funktioniert. Vielleicht der anderen. Obwohl ich das jetzt nicht so schlimm finde. Ich bin eigentlich jemand, der gern tief sitzt. Ja. Nein, ich bin so auch gut klargekommen damit eigentlich. Was ist mit dem Tacho passiert? Ah ja, da ist Bremsflüssigkeit raufgekommen nach dem Sturz, weil da hat so alles. Und ich habe es nicht bald noch weg gewischt. Und springt da? Springt da, ja. Nicht, dass wir da die erste Baustelle haben. Die Kupplung muss ziehen bei der sonst. Muss man ziehen? Ja. Ehrlich? Ja. Ja. Ist das ein kurzer Gasgriff? Nein, das ist auch original. Was original? Ja, ja. Der fühlt sich extrem kurz auf. Suzuki ist alles Standard. Da muss man als Richtung Motor fahren. Hast du gehört, wie die brüllt? Die war richtig aggressiv am Geist. Passiert bei den aktuellen Bikes ja gar nichts. Die hat auch einen sehr eigenen Sound, finde ich. Die hörte so rau an. Mit dem Remus-Auspuff. Richtig aggressiv. Bestes Motor der Welt. Kannst du den richten? Das ist ein 600er. 600er ist das. Der hat schon Upside Down. Das letzte gewesen. 2.5er, oder? 2.5er, genau, ja. Ja, ein bisschen schick machen. Wir haben da einen anderen Tank aufbauen, das erste Mal. Ich habe eine Tankhaube drüber. Er hat einen anderen Tank, habe ich gesagt. Einen Tank, wo die Tankhaube auch drüber ist. Inklusiv Tankhaube. Hat die Tankhaube auch die gleiche Farbe wie das? Ja. Der Tankhaube ist wahrscheinlich genauso. Da habe ich nicht drunter geschaut. Okay, was haben wir noch? Schaltung ist original? Ja. Also da ist Umkehr, ich habe das einfach umgedreht. Das geht bei dir relativ einfach. Genau, das ist wirklich Platz. Das sind echte Motorräder gewesen, wo das einfach umgedreht hat. Ja, das ist wirklich schön klasse. Genügend Platz. Das ist cool. Das ist okay, ne? Die haben schon weiter gedacht. Der Hebel ist nicht original. Genau, ja. Und der ist auch nicht original. Was ist denn das? V-Track? Da habe ich bei einem Motier mal gekauft. Damit der mal wegkriegen kann. Ein bisschen weit weg war aber. Wie lange ist er? Wie Bremsfumpe, das ist halt Tocico, ne? Mit Stiller beim Bremsen. Musst du jetzt schon aufbauen müssen, ne? Ja, ich habe totales Fading, das ist ein Suzuki Problem. Fading? Ne, Fading heißt, du hast auch mal einen Hebel am Kreis. Ach so, dass er nachgeht. Deswegen hast du zu weit weg getreten, oder? Ja, genau. Also Stahlflex, Bremsleitungen habe ich eine da. Das hat auch wirklich ein bisschen was geholfen. Dann brauchen wir da nichts mehr machen. Dann brauchen wir ja quasi nur Scheiben, Belege, vernünftige. Ja. Da werden wir dann nochmal bei Renngrip-Glädern schauen, was wir da kriegen. Die Fußrasten, die würde ich fast lassen. Weil ich es eigentlich gar nicht so schlecht finde. Die Hebel finde ich auch nicht schlecht. Die kann man ja noch ein bisschen verstellen, oder? Da kann man theoretisch auftreten. Oder haben die eine Führung irgendwo da drin? Ja, die haben eine Führung. Haben eine Führung? Das geht bei dir leider nicht. Ja, stimmt. Da ist die Führung. Das heißt, man kann die leider auftreten. Genau. Die sind ja über Längerschläge. Sind da welche da? Nein, es sind keine da. Da brauchen wir Längerschläge, oder? Nein, ich frag mal. Nein, es sind keine drin. Achso, da meinst du bei der Gabelbrücken? Ja, Längerschläge. Die sind ja da. Also die originalen, oder? Ja, genau. Ja, aber die sind natürlich ein bisschen... Gert der Grund, wie stark auch die, wenn die schon weggebrochen sind, dann weiß er. Richtig. Der Rahmen hat ja nichts abgekriegt beim Sturz, oder? Nein, nur halt da. Die Schere da. Ja, okay. Und die Gabel, die alte, war so der gefällt? Nein, die war verbogen. Die war verbogen. Wo war die verbogen? Was jetzt? Ähm, unten da eh am Tach. Da, von da oben aufs Tach. Oder wie heißt? Das Innere oder Außere verbogen? Das Innere. Ja. 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 sieht aus, siehst du von oben auch. Wie schaut es denn mit den Ritzl und Kettenrad aus? Ist das... Wie alt ist denn das? Ah, das ist jetzt anderthalb Jahre alt. Kettenrad, schaut okay aus. Ritzl sehe ich nicht. Da sieht man nicht rein. Ritzl sehe ich nicht eh. Da ist kein Öl irgendwo, keine Feuchtigkeit, nichts. Und auch schön staubig. Das heißt, das ist quasi nicht rausquaschen. Das sind so Sachen, so will man es nicht sehen. Ja, du sagst. Ja, das ist so. Auspuff gibt es schönere, aber wir haben ja ein Low-Budget-Projekt. Das stimmt. Stefan, Vergeilung ist jetzt gar nicht so schlecht. Das hört sich sehr gut an. Ja, ich meine, von der Passform her, gibt es welche, die haben schlechter. Das ist ja dreckig. Was ist das locker? Das ist einfach nur Plastik. Ach so, das ist ein Kleidungshalter. Aha. Ist das ein Pusch? Ein Wengerl Pusch ist schade. Ein Wengerl? Dann müssen wir noch etwas überlegen. Dass das gescheit hält. Was ich bei Suzuki geil finde, dass die in der Regel schon sehr hochwertige Innenrohre drin haben, obwohl die durch sind. Siehst du? Da haben die Innenrohre, diese Schleifspuren, die du da siehst, da ist die Beschichtung drunter. Okay, ach so. Aber das habe ich eh mit altkalkuliert, dass wir das mit dem Fahrwerk mit reinmachen. Also wir machen das ganze Fahrwerk rein, wir servisieren das. Wir überarbeiten keinem Schimmsteck, wir dann die richtigen Federn rein, wir dann einen anderen Druckstufen-Bypass-Versteller von K-Tech rein. Und dabei tue ich das Innenrohr rein machen, die Gleitlager und so weiter, damit wir da, also wir müssen ja Fahrwerkstechnik auf der hundertprozentigen Seite sein. Ich meine, wir können theoretisch auch auf optische Sachen ein bisschen verzichten, obwohl ich das auch ein bisschen sauberer machen möchte, was Verkleidung anbelangt. Die schaut massiv aus, die Verkleidung? Ja, das ist gar nicht so leicht eigentlich für so eine Windverkleidung. Die schaut wirklich massiv aus. Kühler hat auch keinen Steierschläge? Nein. Aus den Gebrauchsspuren hat er natürlich schon noch fast zwei Jahrzehnte gebraucht. Da oben ist er ein bisschen verbogen. Hast du den getauscht beim Sturz, oder? Nein, das ist noch der vom Sturz. Aha, okay. Den fahr ich eh nicht. Also ich bin seit dem Sturz noch vier Mal gefahren mit der und hat es uns eigentlich nichts gefällt. Ist der Reifen da angegangen? Ja. War das öfter? Dies? Ja, schon. Schau mal her, da ist der Reifen an der Verkleidung am Buch angegangen. Siehst du das? Und dann sagst du eigentlich, das kann ich eigentlich gar nicht sein, weil du hast ja da einen Freigang. Aber, und jetzt kommt der Clou, beim Anbremsen kann sich so eine Gabel bis zu zwei Zentimeter verbirgen. Also sprich von der Gabelbrücken zu Achsen kannst du zwei Zentimeter Verzug haben. Und dadurch kann es sein, dass der Reifen quasi dann am Buch ansteht. Ja. Das gibt es ja nicht, das gibt es ja nicht. Da ist ein Platz, weißt du? Aber gut, das kann man, denke ich jetzt einmal ein bisschen leicht beheben, indem wir, da fallen die Gummipickups schon mal, indem wir die, sag ich mal, wenn dahinter der Platz ist, dann kann man ein bisschen mit dem Heißluß föhnen, das ein bisschen zurepieren. Ja. Und ich glaube, ja, das schaut aus, wenn dann beim Krümmerfeld noch Platz wird. Und dann kann man das ein bisschen kompensieren, das Thema. Na ja, gut, Stahlweck schon drin, das ist super. Was tun wir mit den Reifen? Ja, die Regenreifen, braucht es jetzt wahrscheinlich nicht, weil sonst hätte es vielleicht schon gern wieder. Wie soll man das machen? Das ist eine gute Frage. Aber weißt du, wie wir es machen können? Wenn der Maisi das Kabel abholt? Ja, genau. Stimmt, das geht perfekt. Das passt perfekt. Genau. Dann sollte der, weil der hat nämlich eh schon gefragt, ob du sein Kabel mitnehmen kannst, das ist aber noch nicht fertig, da braucht man noch ein Kabel für die Gabel. Ja. Dann kann der Maisi dir die Regenreifen mitnehmen. Ja, das war ein Traum, so da haben wir ja. Das machen wir. Perfekt. Maisi, du nimmst deine Regenreifen mit. Ja, cool. Ja, ich freue mich. Ich bin gespannt. Was bist du gefahren mit deinem Panoramik? 203. 203, wirklich? Ernsthaft? Ja. Also nicht irgendwie so mal zwei Sekunden wegdicht und wirklich 203. Ja, Fotobeweis sicher. Das möchte ich uns mal beweisen. Videobeweis habe ich natürlich auch aufgenommen. Mit dem Motorrad bis 203, dann muss er eben Minimum 1.58 fahren. Ja. Also, ich habe mir sofort noch mal so insgeheim, wenn man das selber jetzt gar nicht laut sagen eigentlich. 203. 203. 203. 204. Das war ideal. 203. Genau. Das ist schon stark mit ihm. Mit dem Motorrad 203 haben wir noch den gefahren. Ja. So wie die Schraube. Die ist da auch mitgefahren. Ich hoffe, dass das Motorrad, wenn wir es mit fertig haben, jemand kriegt, dass ich das hätte nicht kaufen können. Ja. Ich meine, wenn wir damit fertig sind. Ich meine, wir machen ein Fahrwerk und dann machen wir noch ein bisschen Bremsen und dann machen wir noch ein paar Kleinigkeiten, ein bisschen schöner und so weiter. Dann kostet das sowieso 5.000 Euro theoretisch. Ja, sicher. Ich weiß, was ich meine. Und das wäre eigentlich schon cool, wenn das dann jemand kriegt, der sich das eigentlich nicht kaufen kann. Das weiß ich meine. Dass das für den wirklich, der hat 25, 30 Euro gespend und kriegt dann ein 5.000 Euro modal. Das ist dann einfach eine geile Sache. Ja, das wäre wirklich klasse. Um das geht es mir. Also da hoffe ich, dass wir da wirklich jemanden, natürlich durch Zufall zwingen, der sich so etwas nicht kaufen hätte können. Du weißt, bezahlt. Jawohl. Lukas. Dank dir recht schön. Ich sage danke. Oder dir? Perfekt. So, der Lukas hat seine Kohle. Und mit dem Rest, das, was überbleiben ist, da wollen wir dann noch Bremsen machen. Und dann haben wir eigentlich, das Paypal hat man leider, ich habe euch gesagt, bei 3.000 Euro, das wäre eigentlich gestoppt. Und bis ich reich schaue, wirklich am Abendessen mit den Kindern, dann habe ich so halb schon später reich schaue, 3600 irgendwo. Das ist doch. Das ist ja brutal. Ich habe gar nicht so schnell schauen können. Wenn man dann sagt, toll jetzt, wie mache ich es mit dem Zulge, dann haben wir gesagt, ja gut, dann kaufen wir halt irgendwie, und zwar Reifen und die Versenden verschenken wir dann quasi an zwei weitere Teilnehmer. Und dann denke ich, ist das eigentlich okay. Ja, das ist ja. Ja, cool. Du, ich darf sagen, das war es einmal für den First Look Video. Es geht dann weiter mit, dass wir anfangen zu zerlegen und schauen, was wir dann noch so alles treiben an dem Motorrad. Das kommt in der nächsten Folge. Am Lukas sein Jermacher 6 Schaue ist auch kurz mit dem Fahrwerk. Aber das ist ein anderes Thema. Und von dem her, wir danken mich fürs Zuschauen. Danke an den Lukas, dass er uns sein Motorrad zur Verfügung gestellt hat für dieses Projekt. Wir sind gespannt, wie der Pfeibung. Er hat mit 2.03 eine gigantische Zeit vorgelegt. Ein paar neue Ringen mit dem Motorrad. Ich hoffe, ich brauche ihn nicht im Nachhinein, damit er damit fährt dann. Weiß ich nicht. Also, warten wir uns bis zum Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao. 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 Ciao.